Hallo meine Freunde, der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Pokémon Basti. Folge 15, die letzte Arena. Gucken wir uns mal an, die letzte Arena. Tschub, tschub, zurück auf dem Ohrenzug. Entschuldigen Sie? Hallo, ein beaufsichtigtes Kind. Wissen deine Eltern Bescheid, dass du dich in dieser sehr seriösen Stadt voller nicht-krimineller Banden befindest? Ich hab meine Eltern seit Monaten nicht gesehen. Wo finde ich den Arena-Orden? Gut, dann kann man den ausdrucken. Er ist direkt hinter dieser Wand voller Polizisten. Oh, Gott verbiesert. Die wollen wohl alle einen Orden abgreifen, da komm ich nie rein. Auf geht's, bringen wir diese gestohlenen Pokémon raus aus dieser Fake-Arena, damit wir woanders weitermachen können. Hey, warte mal eine Sekunde. Ich geh einfach durch die Hintertür rein. Hallo? Ist da jemand? Wie wär's, wenn unsere Tierchen ein bisschen kämpfen? Pikachu, du lebst! Oh, nee, ich wusste es, ich wusste es von Anfang an, dass Pikachu hinter dem Mist steckt, ey. Mann, 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 hätte er seinen Pikachu einfach besser behandelt. Da wäre die ganze Scheiße nicht passiert. Das finde ich echt nicht gut. Nee. Nee. Wegen ihn. Alles wegen ihm. Und? Du bist ein Arena-Leiter, wer hätte das gedacht? Dank eurer Bemühungen ist Pokeraub auf einem Rekord von... Was machst du denn hier? Nein, Jungs, kommt schon, bitte. Ich bin's doch. Battle Blood. Ich gebe euch das Geld zurück. Ich krieg das hin. Versprochen. Wow, du hattest ne Kul. Das hat jetzt ein bisschen was von GTA, ne? GTA 2. Wenn ihr das noch kennt, das von oben. Ne? Von oben halt. Die erste solche Spiele habe ich damals gespielt, ne? Und da habe ich gedacht, oh, krasse Grafik. Besser gehen die Spiele gar nicht mehr, ne? Und dann gucke ich mir euch die Spiele an und dann frage ich mich, was ist denn jetzt Real Life? Ist das Spiel Real Life oder ist das Real Life Real Life? Und dann denke ich mir, oh, alles klar, ich weiß nicht mehr Bescheid. Was ist jetzt richtig? Ne? Das zu meiner Geschichte. Coole Woche. Hey, Boss. Wir müssen hier weg. Er hat recht, Pikachu. Es wird Zeit, wieder loszuziehen. Jetzt tüpf in diesen winzigen Ball und tu alles, was ich dir sage. Alles wird gut, Kleiner. Du bist jetzt sicher. Wir verfolgen dieses korrupte Biber schon seit einer Weile. Obwohl wir immer noch nicht legalerweise ein Pokémon festnehmen dürfen, also müssen wir seinen Meister finden. Oh, ja, das bin ich. Spasti. Ich bin ein Spasti. Oh, oh. Cool, das war ja einfach. Du gehst für immer ins Gefängnis. Nein, ihr versteht das falsch. Ich bin der Held. Ich bin ein guter Trainer. Oh, cooler Orden. Wo bekommt man so einen her? Donnerschock. Ist super effektiv gegen Spastis Gehirn. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Die Woche soll ja relativ gut anfangen. Ich glaube mit 20 Grad. Und ja, jetzt sieht es noch ein bisschen beschissen aus. Aber wir werden es ja sehen. Und ja, haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.